Wow, Brex hier! Heute sind wir im Schmerz-Simulator und müssen uns selber hauen! Das ist voll lustig! Und umso mehr wir hauen, umso mehr Punkte bekommen wir! Okay! Sollen wir in den Park? Oh ja, da müssen wir unbedingt hin! So, los geht's! Ich hab schon 14 Stück! Ich hab 17! Geh mal in die fetten Hammer! Der muss mich schlagen, der muss mich schlagen! BAM! Hier gibt es Haustiere, Odi! Haustiere? Ich kann mir Karl das Auto kaufen, Brex hier! Wieso kannst du dir das schon kaufen? Das kostet 23 von diesen Schmerzen! Oh nee, das kostet Robux, Brex hier! Das kostet ja wirklich Robux! Aber hier hinten kannst du, glaub ich, was öffnen! Hier können wir kämpfen! Komm schon, lass uns kämpfen! Und? Du musst tappen, Brex hier! Ich drück so schnell ich kann! Hast du's geschafft? Oh nein, die Bälle haben mich auch! Ach man! Wir müssen noch viel stärker uns schlagen! Komm! Du hast recht, Brex hier! Und warte mal, oben haben wir noch einen Spin! Du hast recht, du zuerst! Okay, ich dreh, Brex hier! Ich bekomm... ...und 1000... ...1200 Schmerzen hab ich bekommen! Oh, wie cool! Jetzt bin ich dran! Und drehen! Hä? Was bekommst du? Oh Mann, ich hab nur so Punkt Geld bekommen! 2700! Was für Geld! Ja, diese Coins in der Mitte! Damit kann ich mir bestimmt irgendwas kaufen gehen! Hä? Das ist bestimmt voll gut! Glaub ich auch! Hier sind Pads, oder? Ja, hier an den Seiten! Schau mal! Oh, die sind viel zu teuer! Und dafür braucht man Wins! Ich glaub, das sind Win-Münzen! Ja, ich kauf mir hier eine! Und einmal kaufen! Dann geh ich jetzt den Boss besiegen! Dann krieg ich auch was! Ich hab ne Kuh bekommen! Ne Kuh? Mhm! Mu, mu, mu! Easy, Brex, ich hab gewonnen! Hast du ihn besiegt? Na klar, die Fußballer haben mir nichts anzutun! Ich bekomme 30 Coins pro Win! Oh, das ist ja mega gut, Odi! Richtig gut! Ich mach jetzt noch die Hydrantenexplosion! Komm schon! Hast du's? Ich hab ihn besiegt, ja! Sehr gut! Der nächste Boss ist voll stark! Aber ich hab ihn auch besiegt, Brex, hier! Du brauchst 400 Mützen, dann können wir uns von Autos überfahren lassen, Odi! Von Autos? Ich kauf mir jetzt erstmal nen Pet Brex, hier! Oh, sag mir, was du bekommen hast! Ähm, warte! Ich hol mir einmal! Und... Ich hab ne Maus bekommen! Ne Maus? Wie cool! Die gibt mir jetzt zweimal mehr Stärke! Oh, schau mal, Brex, hier! Hier gibt's Hammer! Hammer? Stimmt! Ich hab mir den nächsten Hammer gekauft! Hä? Äh, ich will auch nen Hammer haben! Bam! Bam! Jetzt geh ich hier rein! In den großen Hammer! Aua! Hä? Die großen Hammer geben voll Feel Brex hier! Ich hab mir jetzt auch einen geholt! Aua! Aua! 42 pro Schlag! 42? Mhm! Was hast du dir denn für nen Pet gekauft? Ich hab mir kein Pet, also ich hab ne Kuh bekommen! Was, wie viel Prozent gibt die dir? Ich glaub mal sieben! Oha! Meine gibt nur mal zwei! Ich kauf mir noch nen Pet! Warte, ich komm mit! Komm schon, komm schon! Wir müssen in die zweite Welt, Brex hier! Ich könnte da schon hin, aber ich warte auf dich! Okay, ich öffne jetzt das Eier! Ich hab schon wieder ne Kuh bekommen! Ich hab ne Maus gekriegt! Ja, du kaufst doch immer das Bessere, du Blödmann! Hab ich zwei Kühe! Ich hab eine Ratte bekommen! Soll ich dir einen Witz erzählen? Erzähl mir einen Witz! Okay, sind zwei Kühe auf der Weide! Sagt die eine Kuh zur anderen Kuh... Das ist lustig, Brex hier! Wir sollten uns jeden vom Hammer schlagen lassen! Komm! Na, ich geh angreifen! Ich will in die nächste Welt, Brex hier! Mann, der Hammer haut mich nicht! Hau mich doch endlich! Boah! 63! Gewonnen! Voll gut! Brex, du musst hier gegen die Bosse kämpfen, damit wir weiter können! Den besiege ich doch mit links! Sicher? Schon besiegt! Ich besiege den jetzt auch! Wir brauchen 400 Münzen oder so, oder? Mhm, 450! Ich hab schon 1150! Du kannst ja schon rüber! Mhm! Wie oft musst du den Boss noch besiegen? Einmal! Dann kann ich auch rüber! Okay, dann los! Und... Boom! Geschafft, Brex, ich komm jetzt! Sehr gut! Wir können noch einmal drehen! Ich kann nicht drehen! Doch, jetzt kann ich auch einmal drehen! Ich drehe! Okay, okay, sag, was du bekommen hast! Greifling! Ich hab ein Ei bekommen! Ein Prozent! Oh, wie cool! Jetzt drehe ich! Und... 1250 Schmerzen! Naja! Ähm, Brex, wie viel kriegst du jetzt pro Schlag? Ähm... 84! 84? Ich bekomm 2600! Waaah! Ich hab' nen OP-Pad bekommen! Mega gut! Odi, vergiss nicht, die Geschenke rechts zu öffnen! Ah, die Geschenke rechts! Du hast recht! Die hab' ich gar nicht genommen! Oh, Odi! Was denn? Man wird hier überfahren! Bam! Boah! Aua, aua! Man kann eigentlich nur stehen bleiben und sich Auto schlagen! Boah! Was ist... Wie viel Schmerzen hast du schon? Ich hab' nur 10.000! Boah, das ist bestimmt mehr! Äh, ja... Ich hab' 400.000! Ey, das ist unfair! Ich hab' auch das OP-Pad bekommen! Ich hab'... Sollen wir das öffnen? Was ist das? Eine Hand! Cool! Aber davon muss ich Bosse besiegen, Brexie! Ich kann schon den Tanker besiegen! Alter! Wie viel hast du denn? 600.000! Und... Nyaaah! Und? Der Tanker kann mich nicht überfahren, Brexie! Ja, weil du zu stark bist! Ich hab' recht, ich viele Wins bekommen! Wie viele, wie viele? Ähm... 3.100! Was? Ja! Mann, das ist voll cool! Warte mal! Kann man hier traden? Dann könnte ich dir mein OP-Pad geben! Äh? Aber ich glaub', das geht hier nicht! Essen! Oh, wir können hier auch essen! Gegenstände! Hast du dir schon einen Gegenstand gekauft? Äh... Ja, einen Hammer! Oder meinst du hier? Ne, hier! Nein, ich hab's jetzt gekauft! Heiße Flamme! Ich hab' ne Handel bekommen! Was kann ich damit machen? Ähm... Die fällt von oben nach unten! Guck! Wiii! Das ist ja voll lustig! Ja, aber jetzt hab' ich voll viel Geld unnötig ausgegeben! Mann, du hast recht! Ich muss jetzt den Boss mal besiegen! Komm zu mir! Warte! Ich will dich mit ner Handel zusammenschlagen! Okay, okay, komm schon! Warte! Ich muss aufladen! Und jetzt bleib hier stehen! Die trifft nur dich! Warte mal! Ich mach' dich mit der heißen Flamme! Boom! Oh Mann, das geht noch einem hier! Schade! Ich muss hier weiter Bosse besiegen! Ich auch! Ich hab Autoboss gemacht! Und dann kaufe ich mir neue Patchbricks hier! Oh, mega! Das ist super cool! Dann müssen wir aber wieder zurücklaufen, oder? Ich glaub' schon! Oh Mann! Das ist echt unfair! Ich hab' jetzt 1.200! Wie viel kostet denn das andere hier? 8.000! 8.000! Oh Mann, dann können wir ins nächste Level gehen, Odi! Die hab' ich schon, Brexie! Na, dann geh du doch schon einfach! Nein, das ist doch unfair! Aber das bringt doch nichts zu warten! Geh doch einfach rüber! Ich spare jetzt und dann kaufe ich mir ein Pad! Ich überfahren! Mach' ich auch! Mach' ich auch! Und? Handel! Boom! Der Tanker kann mir gar nichts brexieren! So ein blöder Tanker! So Autobus stoppen! Wo bist du? Boah! Hier! Wenn du dich schlägst und dich gleichzeitig überfahren lässt, kriegst du 200! Du natürlich mehr! Oh, du hast recht! Boah! Bam! Aber? Mann, ey! Kann man hier nicht traden? Ich glaube nicht, Odi! Hier kannst du nicht traden! Wir können aber hier irgendwas schütteln! Was ist das denn? Schütteln? Ja, Links, schau mal, da ist eine Kamera! Schütteln! Ich weiß nicht, was das ist, Brexie! Komisch! Sieht aus wie Snap! Du hast recht! Und Leute, ihr müsst das Video unbedingt bis zum Schluss schauen! Und vergesst nicht, ein Like und ein Abo dazulassen, wenn ihr mal zusammen mit mir und Odi spielen wollt! Stimmt's, Odi? Genau, Brexie! Kommt schon! Liken und abonnieren! Ich hab schon 25.000, und du? Äh, 1,4 Millionen! Und... Waaat?! Du bist ein kleiner Tieter! Ich cheate gar nicht! Ich hab halt ein OP-Pad bekommen, Brexie! Von dem Drehrad! Ja, 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 so viel Glück, natürlich! Wirklich! Aua! Dann glaub ich dir mal! Ich kauf mir schon mal hier frei, dass ich das frei hab! Wie viel musst du noch? Aua! Ich muss noch den großen Boss besiegen, diesen Truck! Hast du den schon? Wie viel brauchst du dafür? 39.000! Und wie viel hast du? 31.000! Ah, du hast es ja gleich! Hm, dann können wir rübergehen! Boah, wie cool, Leute! Ah, Mann! Ey, komm schon, Brexie! Du schaffst das! Ich schaff das auch! Ich hab schon 33.000! Ah! Vergiss nicht, deine Geschenke abzuholen! Hast du echt? Ein Ei! Ich hab ein Ei bekommen! Ein Ei? Hm, eine Maus! Boah, wie cool! Okay, dann müssen wir die ausrüsten! Warte mal! Wir müssen uns auch neue Hammer kaufen, oder nicht? Stimmt! Ich guck mal, wie viel der kostet, Brexie! Okay, und ich mach so lange die 39.000 hier! Na gut! Gut, der nächste Hammer kostet 2.100! Ich kann mit den! Ja, 2.100! Und kannst du dir den schon leisten? Ja, den hab ich mir geholt! Der Lederhammer! Aua! Aua! Der Lederhammer! Ja! Okay, ich besiege den Boss jetzt! Dann können wir rübergehen! Na gut, komm schon! Aber hast du schon dann 8.000? Hm, wie viel kriegt man denn vom Boss? Ah, ich glaub 2.000 oder so! Ja, ich müsste den nur zweimal besiegen, glaub ich! Na gut! Soll ich schon mal vorgehen? Du kannst schon mal vorgehen, Odi! Oh, Brexie, hier ist ein Helik... Au! Hier sind so... Hier sind so... Aua! Drehräder! Ja, und ein Helikopter! Wenn du dem zu nah kommst, wir will der nicht hoch! Wie cool! Ich bin auch gleich da! Aua, aua, aua! Aua! Und besiegt! Oh! Hast du ihn besiegt? Mhm, mir fehlen noch 2.000, aber das mache ich locker jetzt! Komm schon! Du kriegst das hin, Brexie! Auf jeden Fall! Du musst zum Helikopter und hochfliegen! Wow! Der hat mich in die alte Gegend geschleudert, der Blödie! Wirklich? Ja! Kann ich schon den Endboss besiegen? Ähm, Brexie, ich kann schon den Endboss besiegen, den Flugsturzabsturz! Ich probiere das jetzt! Und boom! Hast du's? Flugzeugsturzab auf mich drauf, Brexie! Aua! Das hat gar nicht wehgetan! Hahaha! Du schaffst das! Ich hab ihn besiegt, Odi! Sehr gut! Komm schon, Brexie! Komm drüber! Ich komm! Das ist nur noch die Animation! Und wir können noch einmal drehen! Du hast recht! Vielleicht kriegst du jetzt dieses OP-Pad, was ich bekommen hab! Das wär mega cool! Warte, ich komm jetzt erstmal zu dir! Und aufmachen, bitte! Komm rein! Da bin ich! Guck mal! Bam! Lauf mal zu dem Heli! Wo ist der denn? Über dir! Weg! Der schleudert mich echt weg! Ich dreh jetzt einmal! Na gut! Was... Was bekommst du? Und ich hab eine blaue Süßigkeit bekommen! Was kann ich damit machen? Essen! Ich ess die mal! Na gut! Was bringt die dir? Ja, nix! Keine Ahnung! 100% Schmerz! Man kann sich teleportieren einfach, Brixi! Ich bin bei der Startzone! Ich hol mir den letzten Hammer! Braa! Wie viel Geld hast du eigentlich? Äh, 6000 jetzt nur noch! 6000? Ja! Das ist ja mega... Und hier ist ein Portal! Das geht, glaub ich, in die nächste Welt oder so! Oder vielleicht zu... Zu den Fangirls! Oh nein! Hör auf, Fangirls zu sagen! Brixi! Ja, Odi? Äh... Äh... Ich hab... Ich bin so stark! Ich bin viel stärker als du! Ich hau dich! Guck hier! Pam, pam! Aua! Oh Mann, so blöd! Bam, bum! Aua! Bam, bam! Boah, Leute! Ich bin schon stark genug! Und bevor wir jetzt in die andere Welt gehen, Brixi, müssen wir die Fangirls verprügeln! Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir, dann checkt Brixi aus! Und natürlich diese zwei Videos hier oben! Haha, guck mal, auf Brixi ist mir ein Antl gefallen! No, guck mal! ...